Das kannst du haben. Also ich habe das heute noch nicht gehabt. Ich hatte das heute auch noch nicht. Doch, heute Morgen um drei Uhr. Jedes Mal. Ja, wie immer. Wie immer, wie immer, wie immer. Hö. Hä? Das Fass wurde Feuerschein zerstört. Das ist so ein Glück mit dem Ding, ne? Ja, aber dafür ist sie jetzt weg. Der wird dir jetzt so in den Arsch haben. Okay, das war Glück. Du hast so ein Glück gehabt, ne? Weit, Drixi. Och Mann, ey. Tada! Ja, das fass dreht sich ja viel zu schnell. Das war das Problem. Das dreht sich einfach viel zu schnell. Da ist mein Safe. Neun Leben, hab ich noch. Neun Leben, die hab ich noch. Du hättest damals wirklich öfters das erste Level spielen sollen. Ne, ne. Aber du hast ja genauso das Problem gehabt. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie viel Versuche das waren. Ja, Zehner, Elfe, auf jeden Fall. Also gestorben bin ich nicht. Du hast nur mehr als bei mir. Nein. Hau ab! Ah, jo. Oh, nein, Mann. Stier, stier, stier. Oh Mann. Ich hasse dich. Doch, gar nichts gesagt. Doch. Was hast du denn? Oh Gott, der ist jetzt schon sterben soll mit beiden Donkeys. Nein. Hätt ich nicht. Au. Das passiert bei diesem Scheiß ja auch immer wieder, ne? Ja, warum gehst du denn dann dieses komische Fass rein? Das lohnt sich doch gar nicht. Einfach so. Weil das O kriegst du eh nicht, wenn du nicht diesen Jump machst. Und... Tote. Och komm, nervt mich. Sammeln brauchst du eigentlich nichts, du musst nur durchkommen. Ach ja, der Pisser. Der mir die Bananen klaut. Mhm. Und den Roten, der die Leben klaut. Bäh. Och Mann. Da war eine Biene. Och. Dreckst du was. Nein. Wow. Oah. Was ist das für eine Scheiße gewesen? Du hättest einfach nur stehen bleiben müssen. Ja. Du hättest nur stehen bleiben müssen. Das ist verreckt, der gerade. Ich hätt einfach nichts gedrückt. Ja, aus Reflex kennst du doch selber. Er kann ich eigentlich nur laden, immer. Ich brauch den Gegner ja gar nicht machen. Mach. Einfach keine Ahnung, was ist das. Ja, irgendwie ist das jetzt voll die Zwickmühle. Wieso? Weil du am ersten Level sitzt und ich am letzten. Ja. Kennst du das doch. Ah, dieses verfickte Level nicht. Aber wie gesagt, du kennst das ja auch, wenn man mit einem mal drückt. Aus Reflex. Nein. 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 So nicht. Wie oft will der eigentlich mal geschlagen werden, hm? Dann mach ich die anderen nach halt eben gleich nochmal, wenn du das jetzt schaffst. Schönen Arsch rein. Du wirst aber auch ein Schwein, echt. Schwein. Fein. Und dann... Das schafft das wahrscheinlich noch der Arsch. bei mir leckt das gerade. Wurde auch nicht geschafft. Boah, nicht wahr, oder? Ah, ich speicher. Na, du meinst, du lädst. Ja, ach, Mann! Kannst du richtig abnippeln hier. Abnippeln? Ja. Ich muss gleich, wenn ich noch was zu trinken wollte. Das mach ich jetzt nicht mehr. Jetzt ist gleich kurz vor Aufnahme Schluss. Hallo. Grob, gut, doch, 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 doch. Da, 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 da. Also mich hat das jetzt grad geiler, dass du den Safe nicht bekommen hast, Lake. Ich würd den Pause drücken. Bei dir auch? Ja. Ja, du musst überlegen, guck mal, wo du wohnst und ich, wo ich wohne, ne? Ja, toll. Und einmal so eine 125er-Leitung. Und du mit so einer, was hast du, 16? Ja. Also es ist ein leichter Unterschied. Und dann noch zwei verschiedene Anbieter. Nein! Oh, nicht traurig sein. Alles wird gut. Solange du Donkey Kong bist. Okay, probieren wir es nochmal, das Spielchen hier. Ich wollte gerade sagen, ey. Was wolltest du gerade sagen? Dass ich das aus dem Maul kriege. Haut der jetzt? Ich gebe jetzt bitte mein Fass. Hier, nimm. Ich will das nicht. Dein Geschenk. Komm, stirb, Flash. Stirb, stirb, stirb. Stirb, 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 stirb. Stirb. Nö. Doch. Was ist jetzt zwei oder dreimal? Zwei. Jetzt wird er schneller. Nein, weder nicht. Glaubst du nur? Das glaubst du nur. Das war doch. Boinky, boinky. Noch nicht. Doch, ja. Boinky, boinky. Boinky, boinky. Ich mach dir gleich oinky, boinky ins Gesicht. Oinky, boinky. Sterbi, derbi. Flash, komm, stirb doch. Komm, stirb doch. Oh, komm, stirb doch. Ja, stirb, Flash. Derb. 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 Was ein Riesenglück. Was? Ein Drecksack. Ja. Alala. Alalala. Ja. Hau ab. Yes. Ab in Sumpf, du Sau. Da ist es. Eigentlich mein Lieblingslevel. Warte, warte, stopp, stopp, stopp. Nicht drücken. Ich nehme den Slot. Und ich nehme den Slot. Okay. Einmal darfst du noch. Einmal darfst du noch, dann ist Pause. Ach, komm, da ruhig. Nicht? Oh, du hast nur noch null, ne? Ja, ich weiß. Ah, jetzt wird es interessant, Zettos. Für mich auch vielleicht. Du schaffst das. Du kannst mich nicht mal. Du schaffst das. Go, Zettos. Soll ich nur so Cheerleader-Themen für dich engagieren? Wie so neben dir stehen? Meine Oma. Meine Oma? Nein, die kann das nicht mehr. Möchtest du, dass das meine Oma noch macht? Vielleicht. So mit. Yo, go, Zettos. Das wird dein Level. Das ist dein letztes Leben. Geht das daneben? Das wäre schon fast ein Engel. Das wäre schon fast ein Engel. Bei dir ist Conquest mit dem dummen Flash. Ciao, ciao. Bye, bye.